Heyho und willkommen zu einer weiteren Folge von Genshin Impact Hydro Buch 5 Äh Buch 5 Hydro andersrum Äh also das letzte Mal wurden wir angequetscht von einer plötzlich auftauchenden Tasse Äh hallo? Ist es vielleicht Nicole? Die die schon mal mit uns geredet hat? Also Anne? Also doch Nicole Aber wir wollten doch mit B sprechen und nicht mit N Nicole, wer bist du und was willst du von uns? Also ich hab ja extra die das Event mit dem Windblumenfest hochgeladen Da sollten inzwischen alle Teile rausgenommen sein Wenn diese Folge kommt, ist es schon längst da Ähm, die folgt mit dem Hexenzirkel Da, ähm, rede ich nämlich auch darüber Da kommt nämlich die ganze Information Über diejenige, die verwirrten Abenteurern hilft Die Stimme, die plötzlich auftaucht Anne, Nicole Lehrling einer Freundin Könnte es sein Äh, könnte sie eine Freundin von Mona Monas Meisterin sein? Genau, das rätselhafte Anne des Hexenzirkels, von ihr rede ich Nicole Erlaube mir zu fragen Wird von Tanespro Verzeihung wahr? Das ist wieder Schicksal Gibt es wirklich keine Ausnahme? Ah, so you've caught on Justice prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods Could things be happening in hidden corners where the gods gaze does not fall? Are the things that you shall see different from the fate that the gods perceive? Hä? W-what is she talking about? It all sounds really impressive and important and stuff, but It also sounds kinda scary Die Teetasse ist auch so gut wie leer I believe that you understand, right? Some things are insignificant But others, you must reach out to change Das heißt Das Ende mit ihr alleine am Heulen Wird auftauchen, aber auf eine andere Art und Weise? W-what is she talking about? Fate shall serve as your only guide No matter what will happen into Vats future Hm, this was good tea by the way Thank you for your hospitality Well, that'll be all for today Wir sehen uns The voice It's gone Hexe N Ist das der Hinweis, den du uns hinterlassen wolltest? Die unerwartete Nachricht bei dir hat gemischte Gefühle vorgerufen Als du aufwachst, scheint jemand draußen zu sein Navia? Hm, I want to hear someone talking Alright, alright, coming Du wirst immer fleißiger, Palma Hey, it's you, who's getting lazy, okay? Das musst du jetzt nicht unbedingt aussprechen, ja? Well, I see I've walked in on some lively banter Mona Mona, wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Fine, just fine I went to take part in that Steambird-Panel It turned out to be more interesting than I expected Not all Fontanians are pessimistic about this One journalist mentioned that sitting around and waiting for the end to come would be wrong And that they should make their own rescue preparations I agreed, so we had a brief chat with her Uh, did she have pink hair by any chance? Wie heißt sie nochmal? Charlotte Why yes, it was Charlotte You remember her, right? That daredevil journalist? I'm in full support of her view Prophecies are very important, but How can people allow their lives to be commandeered by just a few words? That's right Paimon's glad to hear something sensible for once Ah, yes About what we had discussed before I did try, but I'm afraid I couldn't reach the old hag I'll try again tonight, but I wouldn't get your hopes off Eigentlich ist schon jemand vorbeigekommen Ja Du erzählst Mona von dem Besuch von Nicole Ich glaube, sie ist gekommen, um uns eine Nachricht zu überbringen Sie sagte, dass sogar die Gäste von Gäste hat blindspotten Sehr kalt, wenn du aufhörst, Paimon Die meisten Leute würden die Gäste von Gäste wissen, dass sie alle wissen, richtig? Die Hexen-Zirkel-Members sind sicherlich alles, aber ordentlich Wie für den Maiden namens N Der alte Hag hat sie ein paar Mal erwähnt Sie sagte, dass N's Sense of Direction ist unglaublich Und dass sie lief guiden diejenigen, die verloren sind Aber ich habe nie gesehen, und wenn sie noch nie ist, sie hätte Well, suffice es zu sagen, dass die Hexen-Zirkel ist At least ein paar hundert jetzt Und N's been around für länger als das Whoa Die Hexen-Zirkel-Members sind wie eine schreckliche Gruppe Aber sie muss wirklich bleiben in shape To live so lange Their abilities alone Are pretty terrifying If she came to see you personally, then the problem you're facing must truly be of great importance Well, it's not like Paimon could understand anything she said Yes, she was quite cryptic, but I suspect she means that there is still a way to turn things around She didn't say when or what that would be though, so Perhaps it is something that you cannot know right now Stimmt, ihre Worte müssen einen hilfreichen Hinweis enthalten Aber wann werden wir seinen Wert und seine Bedeutung erkennen? War das bereits die beste Antwort, die ich auf meine Frage bekommen könnte? Traveller? Paimon? Are you two alright? Oh, we're fine We're just a little down right now It kinda feels like the end is coming, you know? I see I feel that same sense of desperation, too I guess you could consider me someone who has often witnessed fate So far as I have seen, it cannot be swayed But even so I still hope for And believe in Miracles Astrology is eternal and rational But fate may not be It is cruel But it can also be beautiful Perhaps that's what En was trying to tell you Not to lose heart And to believe that what you are seeing playing out before you is not yet set in stone I did originally think of steering clear of all this, but I couldn't Even if this is all futile, I still wish to help everyone If we don't struggle to the last, then how can we face the end when it comes? Huh You do have a point There I go, talking about astrological principles again Sorry about that The moment I start talking about work-related stuff Oh, I need to get going Mach dir keinen Kopf darüber, Mona, ich danke dir It was worth trying to comfort you, even if only a little I believe that you'll help those who are struggling in the same way I did I suppose that might be why we always seem to meet by coincidence Paimon feels kind of moved by what Mona said But also kind of sad, too Hey, traveler Paimon suddenly feels like going outside for a walk Let's go Das ist mal eine gute Idee Das letzte Mal, als wir einen Spaziergang gemacht haben Let's walk around the city, shall we? There are a few spots, where we always like to walk by Das letzte Mal, als wir einen Spaziergang gemacht haben Da haben wir ja auch einfach so die Antwort auf das gefunden, was wir eigentlich die ganze Zeit gesucht hatten Das war nämlich bei Scaramouche Als Scaramouche die Geschichte verändert hat und aus dem Wanderer wurde Da wussten wir auch nicht, wo Scaramouche hin ist Und dann war plötzlich Wanderer vor uns Und da ist etwas, was ich einsammeln möchte Egal, wir sehen uns direkt oben beim Spaziergang, ja? Dann spazieren wir mal eine Runde, ja? Uh, huh? Our names are written in this newspaper Uh, what's going on? Äh, vielleicht sind wir berühmt? Le Paimon see! The underwater stronghold, the fortress of Meripede, has continued in its noble autonomy But that does not mean that others cannot interact with it My recent attempts to enter the fortress bore little fruit Huh, guess Charlotte still hasn't given up on that Thus, did an outlander friend become the focus of this report A blonded friendruer with their white fairy legends trailing in their wake It is said that this mysterious traveler once visited the underwater fortress So while the fortress's interior remains a mystery behind closed doors Do not fear, for the tales of the traveler contain surprises in spades Journalist Charlotte's biggest scoop yet The traveler's trail, world walker World walker? Charlotte took so many awesome photos of us And we never even noticed her She hasn't been able to get a hold of anything at the fortress So since we're easier to find She's using us at the subject matter instead Das scheint tatsächlich der Fall zu sein Ugh, seriously? Well, fine Those headlines and photos look cool So Paimon will forgive her this time Hey, quick, look That's the star That's the limited edition, only 16 slices a day cake Is this for heute noch nicht ausverkauft? It was so delicious the last time we tried it Despite the tense situation we were in Let's give it another go But I'm unsure it'll be great Bear with us before we see someone so far One slice of cake, please Someone showed up after all Oh, wait You're the one from the Palais Mermonia Oh, are you here to buy cake too? It seems Monsieur Nervalette was right You really can eat Wait, did he really say something like that? That's right Even he has his own preferences when it comes to food As for me, I love the cake and coffee here Do you come here often? Usually every day Every day? It's part of my daily schedule, apart from work I shall have my cake and coffee What's that? That's the secret Then what if someone told you one day That this place would be closing soon And you wouldn't get to eat cake here anymore What would you think? But why would it close? Well, Heiman doesn't know either But maybe Maybe the waters will rise tomorrow You know, like in the prophecy Oh, the prophecy To be honest I haven't paid much attention to that No, still Even if there'd be no more cake tomorrow That wouldn't keep me from having some today Das ist eine schöne Einstellung No, no It's the same for eating in general You might not be able to eat tomorrow But if you can do so today Then you should carry on That's what people call living, you know Don't be sad Excuse me, could I have two more slices of cake to go? These two slices are for you Sejuine said that this kind of expression you're making Is what humans call being sad Die Melosien sind echt komisch Oh, you know Sejuine? I sure do She was born before me And she sometimes comes to the surface To teach us things about humans She said that humans are creatures That are saddened easily Yes, and you can only lift their spirits By feeding them delicious food So please try the cakes here I've got something else to do So I'll be going now You two try to stay in a good mood after eating, alright? Bye Bye And there she goes Alright, let's dig in Pimer Pimer und du werft einander einen Blick zu Und verschlinkt den Frucht Sag mal, kann ich den Kuchen auch selber irgendwie kaufen oder machen oder so? Okay, nein Aber hier San... 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 Etwas bestimmtes Was hast du so... Was kann ich so kaufen bei dir? Den Kuchen? Der Kuchen ist bestimmt was ganz besonderes Rezept frikassé des Polé Regenbogen Macaron Cassolette Konsommé Tomate Narbon Trip Duport Poisson Zuppe Lasagne Foie gras D-Fontaine Entenbrust En Blasen Blasen Mandarinensoße Bondon Noir Au Pomme Dann geben wir mal hier ein bisschen Geld aus Dankeschön Gehe zum Dampf vor Geld So, das soll es aber erstmal für diese Folge gewesen sein Unser Spaziergang Geht morgen weiter Führen wir morgen fort Und zwar dann gehen wir zum Dampf vor Geld Da unten ist nämlich schon Charlotte Sie wartet auf uns Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit uns zu sehen Und bis zum nächsten Mal Tüdelü Zoom Und Die